Herzlich willkommen zum Teil 9 der Reihe Variablen und Gleichungen. In diesem Video besprechen wir eine Olympiada-Aufgabe der Klassenstufe 6. Aus Erfahrung weiß ich, dass euch die Aufgabenteile A und B sehr viel Freude bereiten werden, dass ihr jede Menge Spaß haben werdet. Der Aufgabenteil C ist etwas anders als die bisher besprochenen Aufgaben und deshalb werden wir diesen Aufgabenteil im Anschluss, wenn ihr euch eigene Gedanken gemacht habt, ganz ausführlich besprechen. Kommen wir zum Aufgabenteil A. Laura hat doppelt so viele weiße wie rote Bärchen und doppelt so viele rote wie gelbe Bärchen. Zusammen sind es 35. Wie viele Bärchen sind es von jeder Farbe? Zunächst sollten wir uns wieder eine Tabelle anlegen. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die einzelnen Anzahlen beschreiben können. In diesem Aufgabenteil ist es von Vorteil, wenn wir sagen, dass die Anzahl der gelben Bärchen gerade unserer unbekannten X entspricht. Dann können wir auch die Anzahl der roten und die Anzahl der weißen Bärchen beschreiben. Wir können eine Gleichung aufstellen. Diese Gleichung können wir lösen, indem wir die linke Seite der Gleichung zunächst wieder zusammenfassen und dann nach X auflösen. Wir erhalten für unsere Unbekannte die Lösung 5. Diese können wir dann hier in unsere Tabelle einsetzen. Das heißt, es gibt 5 gelbe, 10 rote und 20 weiße Bärchen. Die Probe stimmt. Es kommt 35 heraus. Also können wir festhalten, Laura hat 20 weiße, 10 rote und 5 gelbe Bärchen. Auch den Aufgabenteil B können wir in unserer altbewährten Art und Weise lösen. Wir finden heraus, dass wir die Anzahl der weißen Bärchen mit unserer unbekannten X beschreiben sollten. Dann ergibt sich für die Anzahl der roten Bärchen 9X und für die Anzahl der gelben Bärchen 3X. Wir erhalten die Gleichung X plus 9X plus 3X ist gleich 65. Wir fassen wieder die linke Seite zusammen, lösen nach X auf, erhalten für X die Lösung 5. Damit können wir jetzt die einzelnen Anzahlen bestimmen. Das heißt, wir haben 5 weiße, 45 rote und 15 gelbe Bärchen. Die Probe stimmt. Es kommt 65 heraus. Und damit können wir formulieren, Jan hat 45 rote, 15 gelbe und 5 weiße Bärchen. Nun kommen wir zum Aufgabenteil C. Kai hat 38 Bärchen. Er weiß, dass er 1,5 mal so viele gelbe wie rote Bärchen hat und auch 1,5 mal so viele rote wie weiße. Wie viele Bärchen hat Kai von jeder Farbe? Die Anzahl der gelben Bärchen bezieht sich auf die Anzahl der roten Bärchen und die Anzahl der roten Bärchen bezieht sich auf die Anzahl der weißen. Das heißt, wir müssen die Anzahl der weißen Bärchen mit unserer unbekannten X belegen. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir X weiße Bärchen haben, dann können wir auch sagen, wie viele rote wir haben, nämlich 1,5 mal so viele. Das heißt also, wir haben 1,5 X rote Bärchen. Wir sollten jetzt diese gemischte Zahl in einen unechten Bruch umwandeln. Dazu müssen wir die natürliche Zahl mit dem Nenner multiplizieren und den Zähler addieren. Also 1 mal 2 plus 1. Das ergibt den Zähler und der Nenner bleibt. Das heißt, wir erhalten 3,5 X. Somit haben wir 3,5 X rote Bärchen. Nun geht es weiter. Wir erfahren auch, dass wir 1,5 mal so viele gelbe wie rote Bärchen haben. Das bedeutet also, dass wir 1,5 mal diese 3,5 X rote Bärchen multiplizieren müssen. 1,5, das wissen wir schon, das ist 3,5. Wir müssen also 3,5 mal 3,5 rechnen. Wir erhalten also 9,4 X. Diese 9,4 X können wir in unsere Tabelle eintragen. Dann stellen wir wieder unsere Gleichung auf. Das heißt, wir addieren die einzelnen Anzahlen. Also X plus 3,5 X plus 9,4 X ergibt 38. So, wie können wir diese Gleichung lösen? Hast du eine Idee? Genau, da hier Brüche vorkommen, sollten wir diese unbedingt erst einmal gleichnamig machen. Das heißt, wir müssen diesen Bruch 3,5 mit 2 erweitern. Wir erhalten dann 3 mal 2,6 und 2 mal 2,4, also 6 Viertel. Und für X können wir uns auch denken, das ist ja das gleiche wie 1X. Und 1X ist auch das gleiche wie 4 Viertel. Nun, nachdem wir die Brüche gleichnamig gemacht haben, können wir die Brüche addieren. Also wir müssen die Zähler addieren. 4 plus 6 plus 9. Das ergibt 19, der Nenner bleibt. Wir erhalten 19 Viertel X ist gleich 38. Da wir jetzt wissen wollen, wie groß 1X ist, müssen wir die Gleichung durch 19 Viertel dividieren. Und wir erhalten dann X ist gleich 38 durch 19 Viertel. Und durch einen Bruch dividieren ist das gleiche, als wenn wir mit dem Kehrwert des Bruches multiplizieren würden. Kehrwert bedeutet also Zähler und Nenner vertauschen. Wir rechnen also 38 Eintel mal 4 Neunzehntel. Wir dürfen auch noch kürzen. Wir können durch 19 kürzen. Und erhalten dann hier 19 durch 19 1 und 38 geteilt durch 19 2. Nun können wir ausrechnen, indem wir 2 mal 4 und 1 mal 1 rechnen. Wir erhalten 8 Eintel. Und 8 Eintel ist auch das gleiche wie 8. Das heißt, unsere Anzahl der weißen Bärchen beträgt 8. Dann können wir jetzt auch die Anzahl der roten berechnen. Wir setzen für X 8 ein. Also rechnen 3 halbe mal 8. Und 3 halbe mal 8 oder auch 3 halbe mal 8 Eintel sind 24 halbe. Und 24 halbe sind 12. Dann noch die Anzahl der gelben Bärchen. 9 Viertel mal 8 oder auch 9 Viertel mal 8 Eintel. Das ergibt 72 Viertel. Und 72 Viertel ergibt 18. Denn die 4 passt 18 mal in die 72. Machen wir noch die Probe. 8 plus 12 plus 18 ergibt 38 pro bestimmt. Insofern haben wir die Aufgabe gelöst. Und wir können die Antwort formulieren. Kai hat 8 weiße, 12 rote und 18 gelbe Bärchen. Fortsetzung folgt. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.